So, ähm, hallo erstmal an alle. Ähm, ich wollte nur mal sagen, dass ich jetzt endlich mein Laptop habe. Funktioniert auch alles schon. Hab schon so ne Vegas Pro, wie man glaube ich weiß oder sieht, ähm, wieder draufgeladen. Und, ähm, ja, ich muss halt noch alle Clips downloaden. War halt leider doof, hab jetzt halt nicht meine alten Daten wieder, war auch egal. Ich hab ja das Wichtigste jetzt wieder. Aber, ähm, ja, ich wollte es nur mal eben sagen und ich mach auch bald wieder Videos. Ich hab wieder ein paar Ideen gesammelt und dann fang ich bald schon damit an. Muss halt leider Clips downloaden, aber ich krieg das schon hin. Ja, gut, das war's auch erst mal wieder. Und, ja, man schreibt, sieht oder hört sich. Tschüssi, eure Bizi.